Musik Meine Damen und Herren, wir möchten Danke sagen und das Dankeschön gilt in erster Linie Ihnen. Für Netzwerke in Niedersachsen in Sachen Wirtschaft ist dieser Sommerempfang ein absolutes Muss. Und es ist wie immer eine ganz wundervolle Stimmung. Mit dem Blick auf den Maschsee besser könnte es nicht sein. Und in der Breite trifft man selten so viele interessante Menschen. Untertitelung. BR 2018